Triple H kritisiert Fans In einem Media Call hat Triple H starke Kritik an dem Verhalten der WWE-Fans geübt. Auf die Frage von Dave Meltzer, was er davon halte, dass immer mehr Fans frustriert vom Produkt des Marktführers seien, erwiderte Triple H, dass die Fans selber schuld seien, wenn sie sich zu sehr in die Geschichten investieren und dabei auf Logiklöcher stoßen. Die Fans sollten seiner Ansicht nach erwachsen werden und die Geschichten so akzeptieren, wie sie präsentiert werden oder aufhören, das Produkt zu verfolgen. The Rock by Survivor Series WWE hat sehr großes Interesse, The Rock by Survivor Series einzusetzen. Das berichten Fightful.com und Dave Meltzer übereinstimmend. Demnach plane der Marktführer derzeit bei der Großveranstaltung eine Rivalität zwischen The Rock und Roman Reigns zu starten, die zu Matches bei WrestleMania 38 und WrestleMania 39 führen soll. Ex-WWE-Stars vor Wechsel zu AEW Aleister Black, nun aktiv unter dem Namen Tommy Ant, steht kurz vor einer Unterschrift bei All Elite Wrestling. Dies vermelden Spots Kida und Ringside News. Zwar war der Deal noch nicht in trockenen Tüchern, jedoch laufen die Verhandlungen zwischen dem Niederländer und Tony Khan auf Hochtouren und es soll nur noch um kleine Modalitäten gehen, bevor in den nächsten Tagen die Unterschrift erfolgen soll. Neben Aleister Black könnte auch Braun Strowman bald für AEW antreten. So gab Mark Henry in einem Interview mit TMZ bekannt, dass es ein beiderseitiges Interesse an einer Zusammenarbeit zwischen Strowman und der Promotion geben soll. Allerdings sollen mögliche Vertragsgespräche erst nach dem Auslaufen der 90-tägigen Non-Compete-Klausel Strowmans beginnen. Weitere Entlassungen bei WWE? WWE bereitet derzeit weitere Entlassungen von Wrestlern vor. Dies berichtet Ringside News. Demnach sei Nick Khan der Meinung, dass der Kader des Marktführers noch immer zu aufgebläht sei und man ihn weiter ausdünnen müsse, um das Unternehmen für potenzielle Käufer attraktiver zu machen. Es wird erwartet, dass von der nächsten Entlassungswelle insbesondere NXT-Talente betroffen sein werden. Holt WWE Samoa Joe zurück? Informationen von Fightful zufolge soll bei mehreren Offiziellen der WWE ein Interesse an einer Rückkehr Samoa Joes bestehen. So soll aktuell diskutiert werden, Joe als Teil des NXT-Rosters zurückzubringen. Dabei würde dieser wieder als aktiver Wrestler und nicht als Teil des Kommentatoren-Teams eingeplant werden. Im Laufe dieser Woche soll der ehemalige NXT-Champion bereits im Performance Center gesichtet worden sein. Edge vor Rückkehr zu SmackDown Wie John Elba berichtet, plant WWE aktuell fest mit einem Match von WWE Hall of Famer Edge beim diesjährigen SummerSlam. So wird aktuell mit einer Rückkehr Edges bei der SmackDown-Ausgabe am 16. Juli der ersten Ausgabe vor Live-Publikum gerechnet. Nach seinem scheinbaren Heal-Turn im Vorfeld von WrestleMania wird aktuell jedoch davon ausgegangen, dass Edge als Face zurückkehren wird.